Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Path of Radiance. In der letzten Folge haben wir unseren ersten Schachzug getätigt und sind in Da'an eingefallen. Und jetzt haben wir noch das Gespräch offen von Petrine und Nessala, ne? Ja. Nessala, König Nessala von Kilvas, ich wünsche jetzt mit euch zu sprechen. Oh, wenn das nicht General Petrine ist, was führt euch denn in dieses eisige Gebirge? Ich habe keine Zeit für Scherze. Ist es wahr, hat die Armee von Crimea Torgaran eingenommen? Auch wenn ich es hasse, es auszusprechen, ja, das scheint der Fall zu sein. Ach. Wie wird ausgesprochen? Kaya Chey? Oh, das klingt falsch. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Du räudiger Hund. Sich von diesem bunten Haufen dieses Mädchens besiegen zu lassen, beweist nur wie nutzlos. Sicherlich ist es nicht allein der Fehler des Generals. Man hat ihm gesagt, dass die Armee von Crimea schwach und Torgaran unbezwingbar sei. Und doch wurde er besiegt. Ich behaupte, da hat jemand unseren Feind unterschätzt. Meint ihr nicht auch? Was war das? Willst du etwa da ein Beleidigen, Rabe? Es gibt Männer, die haben für weniger ihr Leben verwirkt. Da ein Beleidigen? Niemals. Kommt schon, General Petrine. Ich zähle hier lediglich die Fakten auf. Da muss ich ihm echt mal recht geben. Die scheint eine etwas verzerrte Wahrnehmung von Daain bzw. von ihrer Kraft zu haben. Und scheint wirklich den Feind zu unterschätzen. Das sollte man eigentlich niemals machen. Wir sehen ja, wie es ausgeht. Egal, wie die vorherigen Kämpfe beendet wurden, die Armee von Crimea wird hier aufgehalten. Ich werde persönlich dafür sorgen. Hm. Klingt, als hättet ihr die Bühne für eine glanzvolle Vorstellung bereitet. General Petrine, Kilwass wird auf immer der Seite von Daal einstehen, solange die Bezahlung stimmt natürlich. Wenn es dabei nur um Gold geht, wird unsere Freundschaft niemals enden. Aber seht zu, dass eure Vorstellung eurer Gage gerecht wird. Homasa, komm her. Ja? Arbeite mit König Nesada zusammen und stoppe die Armee von Crimea. Vermassle es nicht sonst. Überlasst das nur mir, General. Ich werde keine weitere Niederlage dulden, König von Kylwass. Ihr müsst sie aus dem Weg räumen und zwar schnell. Haben wir uns verstanden? Ach, ich bin es leid, von dieser Göre und ihrem jämmerlichen, gekauften Hofstaat immer wieder zum Narren gehalten zu werden. Und der Rest meiner Bezahlung? Keine Angst, der liegt bereit. Ihr werdet bezahlt, sobald ihr die Aufgabe erledigt habt. Solange wir uns in dem Punkt einig sind, ist es abgemacht. Nun denn, ich gehe. Reuliger Straßenköter, selbst nach den Standards der Halbmenschen sind die Raben nur Abschaum. Reich ihm den kleinen Finger und er wird deine ganze Hand mitsamt Diamantring nehmen. Welch unseriöser Schurke. So, Petrine dampft ab. Ike, ich habe hier den Bericht unseres letzten Kampfes. Bonuserfahrung 270 haben wir bekommen. Neuzugang Ayuga, Tanit, Yanaf und Rayson. Und Sorin war der Held? Ich habe, äh, also ist ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Da konnte ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Es gab keine Verlustung und keine Schwerverletzten. Jeder hat sich hervorragend geschlagen. Das wäre alles. Wenn du gestattest, würde ich mich jetzt gerne zurückziehen. So, nächste Ausrüstungsfolge. Für alle, die das nicht sehen wollen, ihr könnt jetzt abschalten. Mehr mache ich nicht. So, wir fangen wieder mit den Infogesprächen an. Yanaf. Ich nehme es mit jeder Anzahl von Gegnern auf, aber dieser Schnee ist eine andere Geschichte. Ich glaube, meine schönen Schwingen sind ganz vereist. Das hört sich nach Problemen an. Wirst du so fliegen können? Ja, sicher kann ich fliegen. Diese Schwingen sind ja keineswegs Dekoration. Sie bestehen aus Fleisch und Blut und Federn. Ich bin kein Tier, das in den Winterschlaf hält, sobald es Winter wird. Oh Mann, kennt ihr, Björk, nicht den Unterschied zwischen einer witzigen Übertreibung und einer ernsthaften Unterhaltung? Ähm, oh, ich hätte also lachen sollen. Tut mir leid. Oh je, solch eine Ernsthaftigkeit. Das kommt jetzt aber unerwartet. Jemand hat dir wohl Maninen beigebracht. Äh. Übrigens wollte ich dich was fragen. Wir stehen unseren... Wie stehen unsere Chancen für einen Sieg? Wir sind immer noch stark im Nachteil. Was? Also die Antwort wollte ich... Also diese Antwort wollte ich nun nicht gerade hören. Du musst dich mehr anstrengen, Björk, General. Ich bin hier. Wenn wir verlieren, wie soll ich mich denn jemals wieder in Phineas blicken lassen? Wir sind im Nachteil, aber ich habe nicht vor, zu verlieren. In Daain gibt es einen Mann, den ich finden muss. Und ich werde das letzte sein... Und ich werde das Asso, was seine Augen sehen werden. Gut gesprochen. Ich wünschte, ich könnte das an die junge Generation weitergeben. Zu Hause kenne ich einige Schwächlinge, die ich noch nicht einmal Falken nennen möchte. Ich würde sie zu gerne in ihre Eierschalen zurückstopfen und mit ihnen von vorne anfangen. Hey, ihr schlüpft aus Eiern? Äh. Ich habe bildlich gesprochen, du weißt schon. Wie eine Metapher? Wir schlüpfen schon seit vielen Generationen nicht mehr aus Eiern. Alberne Björk. Gut, ich gehe dann mal. Ich muss meine Schwingen vor dem Kampf erst noch aufwärmen. Wer weiß, was sonst passiert. Ich wusste, dass das mit den Eiern ein Witz ist, aber ich hatte ja keine Ahnung, dass es tatsächlich mal so war. Der Stamm der Vögel. Verstehe sie einer. So, jetzt kommt der nächste Vogel. Entschuldige, hast du einen Moment Zeit? Oh, General Ike, was gibt es denn? Es ist nichts. Ich dachte, ich sage mal Hallo. Das ist sehr aufmerksam. Ähm, euer König ist sehr großzügig und ich spiele hier nicht nur auf Rayson an. Er hat uns auch seine beiden Gefolgsmänner zur Seite gestellt. Womit haben wir seine Großzügigkeit verdient? Ich denke, das liegt daran, dass Rayson sich andauernd entschuldigt hat. Das habe ich mir zumindest gedacht. Oder bewerte ich das falsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der König auch ohne unsere Hilfe überleben kann. Stimmt das? Das ist wirklich erstaunlich. Mir wurde der Titel eines Lords verliehen, aber ich kann diese Armee trotzdem nicht alleine leiten. Titania und Sorin kümmern sich um all die kleinen Dinge, sodass hier nicht das völlige Chaos ausbricht. Unser König macht nichts Besonderes. Jeder macht das, was er am besten kann. Da gibt es kein Chaos. Er ist sehr vertrauenswürdig. Das ist doch völlig natürlich. In der Gesellschaft der Laguz werden die Stärksten zu Königen. Anders als bei den Bjork ist das Königtum nicht an eine Blutlinie gebunden. Daher gibt es bei uns keine schwachen Könige. Entschuldigung, das war ungebührlich. Nein, ich sehe das genauso. Einen Regenten, einen Anführer aufgrund seiner Stärke anstatt seines Blutes zu wählen, ist viel sinnvoller. Definitiv. Immer wenn wir auf Benyans Truppen stoßen, greifen wir zuerst die Einheiten an. Die einen schwachen Anführer haben und eliminieren sie. Die Waffen der Bjork können sehr stark sein, aber nicht jeder kann damit auch umgehen. Da die Bjork auch ihre Generäle nach den Blutlinien bestimmen, sind die Fähigkeiten unausgeglichen. Das ist die Schwäche der Heere der Bjork. Und für dich, General Ike, kommt nun die Zeit, dich zu beweisen. Das ist wahr. Egal wie stark der Einzelne auch sein mag, wenn die Truppe es nicht ist, nutzt die Stärke gar nichts. Die Stärke einer Armee wird durch den Anführer und dessen Führungsstil bestimmt. Das darf ich nicht vergessen. Danke. Hm? Hm. Okay. Unterstützung. Das habe ich ja noch gar nicht so richtig... ähm... genutzt, ne? Wo Ralf und Sinon können... Äh, Ralf. Rolf. Komme ich denn auf Ralf? Er kann mit mir... Ach so. Ja. Ich überlege, ob ich Sorin und Ike mal mache. Kevin und Bryce. Boyd. Boyd und Brom könnte man natürlich auch versuchen, ein bisschen hochzutreiben, weil die stehen ja doch beide relativ häufig vorne. Ich glaube, das sehe ich als sinnvoll an. Dann machen wir das doch mal. Mit Brom. Ja. Guten Morgen, ich bin Brom. Ich nehme an, du gehörst zu Grails Söldnern? Wenn das nicht der gefangengenommene Paps ist. Ich heiße Boyd und ich bin ein waschechter Söldner von Grail. Oh, großartig. Weißt du, du kämpfst ganz gut für so einen jungen Burschen. Jung? Na, hört sich das einer an. Guck dich doch mal an, Paps. Wir haben dich aus einem Gefängnis befreit und du bist noch immer fett. Wie kannst du nur so kämpfen? Mach deine Wampe dich nicht langsamer. Aber Boyd. Sehr direkt. Schön. Oh, du hast recht. Beim Kämpfen ist sie in der Tat etwas hinderlich. Aber diese Masse hat mir sehr geholfen. Man braucht eine Menge Substanz, wenn man Esel und Flugzehen will. Bist du ein Bauer? Das ist richtig. Aber ich mag gar nicht daran denken, dass mein dicker Bauch euch im Weg ist. Oh, jetzt fühle ich mich furchtbar. Oh nein, Brom. Hey, nicht weinen. Paps, wir können ja zusammen trainieren. Dann bist du schnell wieder fit. Wirklich? Meinst du das ernst? Das wäre großartig. Mach mich wieder fit, Boyd. Oh, meine Frau wird Augen machen. Herrlich. Sehr cooles Gespräch. Finde ich gut. Kevin und Oskar geht leider nicht. Ja, dann machen wir noch Ike und Soren. Hast du mal einen Moment Zeit, Soren? Was gibt es denn, Ike? Stimmt irgendetwas nicht? Seit Tagen bist du still und launisch. Bedrück dich etwas. Äh, nun ich. Ist Soren nicht irgendwie immer launisch? Ja? Ach, gar nichts. Du warst niemals besorgt darüber, wer du wirklich bist, nicht wahr? Wer deine Familie ist, wo du eigentlich herkommst? Wer ich bin? Hm, nicht wirklich. Nein, ich verstehe nicht so ganz, worauf du hinaus willst. Ich hatte einen Vater und eine Mutter. Ich kann mich nicht wirklich an Mutter erinnern, aber sonst kann ich mich nicht beschweren. Es muss schön sein, liebevolle Eltern zu haben. Jemand sollte über deine Kindheit wachen. Jemand, der dir hilft, die Person zu werden, die du werden sollst. Ohne einen Erwachsenen, der ein Kind bestärkt und unterstützt, weiß es nicht, ob welchen Pfad es sich begeben soll. Oder wer es wirklich ist? Hast du denn gar keine Erinnerung an deine Eltern? Nein, die Frau, die mich aufzog, war nicht meine leibliche Mutter. Und sonderlich begeistert war sie von mir auch nicht. Meine früheste Erinnerung an sie ist, als sie sagte, Warum ich? Die Welt ist ungerecht. Oder bleib mir vom Leibkind. Keine Liebe, keine Zuneigung. Sie hat sich aus einer Art Pflichtbewusstsein um mich gekümmert, das sie eigentlich gar nicht besaß. Als ich ungefähr vier war, kam ein Weiser aus der Umgebung vorbei und fragte, ob er mich bei sich aufnehmen könnte. Er sagte mir seltenes magisches Talent nach. Ich erinnere mich genau an diesem Tag. Meine sogenannte Amme war beglückt, mich los zu sein. Mir kam es so vor, als wären sie in einer Art Rauschzustand verfallen. Sie hat von einem Ohr bis zum anderen gegrinst, als sie mich fortgab. Der Weise gab ihr Gold als Gegenleistung, nicht, dass es nötig gewesen wäre. Oh, sorry, das wusste ich nicht. Der Weise war alt und wusste, dass der Tod schon seine Hand nach ihm ausstreckte. Sein einziger Wunsch war, sein Wissen an einen Lehrling weiterzugeben. Da die Zeit drängte, musste ich mich einem Strengtraining der Magie unterwerfen. Wir arbeiteten Tag und Nacht, ohne eine Pause einzulegen. Ich hatte nicht einmal Zeit, daran zu denken, wer ich wirklich sein konnte. Aber es war immer noch ein besseres Leben als das zuvor. Als der Weise zwei Jahre später starb, hatte ich viel über Magie gelernt. Vielleicht zu viel für ein Kind in meinem Alter. Als sich die Vorräte in der Hütte des Weisen dem Ende neigten, verließ ich sie und wanderte Tag um Tag, um Hilfe zu suchen. Als ich endlich in der Zivilisation ankam, wurde mir mit Ingrim etwas Schreckliches bewusst. Ich konnte nicht sprechen, nicht ein einziges Wort. Sorin. Oh, ich konnte besser lesen und schreiben als so mancher der Dorfbewohner. Und ich verstand, was sie zu mir sagten. Ich konnte nur nicht sprechen. Daran war nichts zu rütteln. Die Frau und der Weise schleuderten mir meist nur Wörter entgegen und freundliche. Wörter, auf die ich niemals etwas zu erwidern brauchte. Darum Sorin. Was ist? Oh, bitte verzeih mir, Ike. Ich hätte dir solch einen Unfug nicht erzählen sollen. Sorin, das ist kein Unfug. Das ist furchtbar. Das ist das Furchtbarste, was ich je gehört habe. Wo ist das bloß passiert? In Benian? Nein, es geht noch weiter. Ich habe dir noch nicht über meine Eltern erzählt. Nein, das reicht jetzt. Es tut mir leid. Entschuldige, bitte. Warte, Sorin. Sorin, Mist. Oh, der hat eine krasse Hintergrundgeschichte, der Sorin. Vielleicht ist er deswegen so ein bisschen riesgrämig unterwegs. Das wusste ich auch nicht. Das schockt mich gerade auch. Der arme Sorin. So, wir gucken mal. Wie sieht es denn hier aus? Hier ist noch alles in Ordnung. Ja. Bei Ileana auch. Ich will mal hier bei Tanit gucken. Quatsch. So muss ich gucken. Ah, okay. Ich wollte nur wissen, welche Waffen sie ausrüsten kann. Und anscheinend Lanze und Schwert. Dann würde ich ihr gerne doch nochmal was, falls wir noch was haben. Die Eisenklinge wird sie ja wohl tragen können. Die Eisenklinge mitgeben. Dann muss sie nicht immer mit dem Dannerschwert angreifen. Achso, und vielleicht noch das Lanzen Level A. Meisterlanze. Hm. Ich weiß nicht, ob die bei ihr so sinnvoll ist. Ach, Quatsch. Äh, dann kaufen wir lieber nochmal eine Stahllanze oder so. Äh, ich möchte gerne eine Stahllanze. Oh, Silberschwert. Seht ihr das? Wir können Silberschwert kaufen. Tanit. Ja. Was gibt es denn noch? Silberlanze. Silberaxt, Silverbogen und eine Stahlklinge. Ich glaube, wir rüsten doch mal auf. Okay. Äh, Tanit ist fertig. Ich will jetzt bei I gucken. Quatsch. Erstmal, was er für Waffenlevel hat. B hat der. Das heißt, er wird Dings noch nicht, ähm, tragen können. Aber ich würde gerne mal das Eisenschwert ablegen. Das Königsschwert wird er auch behalten. Dann lege ich das Langenschwert ab. Ich glaube auch nicht, dass er halt so lange braucht, um, äh, noch auf Waffenlevel Art zu kommen. Das heißt, er kriegt jetzt schon mal ein Silberschwert. Ja. An Ike. Und dann würde ich ihm, glaube ich, gerne noch die Stahlklinge geben. Einfach nur mal, um zu gucken, ob er da vielleicht mit diesen Waffen genauso stark ist, wie er jetzt ist, beziehungsweise stärker wird. Den Rest habe ich ja am Vorrat. Das heißt, es sollte, äh, eigentlich kein Problem sein. So. Iliana hat noch Elfendorna. Ich will einfach nur mal gucken, hat er vielleicht noch irgendwelche neuen Zauber oder so? Blitz. Lichtmagie. Kann irgendwie, wir haben das geguckt, ne? Das kann sie gar nicht anwenden. Bin ich der Meinung. Äh, Tarnit ist fertig. Rise. Braucht einen neuen Heilschlaf. Oskar. Oskar finde ich eigentlich so ganz gut ausgerüstet. Stahllanze hat er noch. Sollte für die nächste Dings reichen. Und zur Not noch die Eisenlanze. Oh Gott, Alja hat ganz viel. Reicht auf jeden Fall. Gatry wird nicht mitkommen. Äh, ja, ich habe in diesem Let's Play gar keinen der Laguz mitgenommen. Da der Grund dafür ist, dass sie mir in Tiergestalt irgendwie ein bisschen zu stark sind. Also ich finde, dann ist die Gruppe so unausgeglichen. Daher habe ich eher eine menschliche Truppe. Aber die Laguz insgesamt finde ich sehr cool. So, Tormod. Ja, leider haben wir den auch nicht mitnehmen können. Aber wir müssen uns irgendwie ein bisschen begrenzen. Er soll, was ich gehört habe, ein sehr starker Feuermagier sein. Aber Sorin haut bei uns halt mittlerweile so doll rein. Und der hat ja auch, trainiert ja auch Feuer. Dass wir halt nicht unbedingt einen Donnermagier, Windmagier und Feuermagier an sich brauchen. Sondern ich versuche, die ja schon ein bisschen zu mischen. So. Stallbogen, Laguz und Eisenbogen. Ich glaube, das reicht vollkommen. Was macht das Ritterschild nochmal? Magisches Item, das die Verteidigung erhöht. Ah, okay. Das behält sie auch einfach. Shinon hat gar nichts. Okay. Shinon wird auch nicht mitkommen. Kann ich euch sagen. Unser Scharfschütze wird dann Rolls sein, wenn er so weit ist. Mia, Eisenschwert und Panzerbrecher. Ich will mal gucken, ob wir noch irgendwas im Vorrat haben. Vielleicht das Langschwert. Dann kriegt sie das Langschwert noch. Rom, Stahllanze, Langschwert. Der kriegt... Ach ne, wir hatten ja keine Eisen... Oder? Hat er nicht mehr, ne? Ja. Ne, er hat nur eine Leichtlanze. Oder Silberlanze. Was haben wir denn noch im Vorrat? Er hat noch die Meisterlanze. Oder den... Oh, er kriegt den Ritter tot, glaube ich. Kriegt er einfach mal. Ähm... So. Mia, Rayson kann nur singen. Eisenachs, Stahlaxt, kurzachs. Die sind, glaube ich, alle noch nicht so weit vom Waffenlevel. Wenn die dann A werden, würde ich denen dann gegebenenfalls die Silberwaffen geben. Ich habe eine Idee. Das brauchen wir ja nicht, wenn wir die gar nicht mitnehmen. Schnabel kann ich den nicht abnehmen. Gucken wir hier jetzt mal alle durch die... Komm mal, Gatry. Ach ne, der hat nur eine... Noch abgeben. Ja, das Heilmittel kann er auch abgeben. Machen wir die einfach mal leer. Laguststein. Es ist Björk-Wacht. Äh, macht Spezialeffekte bei Björk-Attacken unwirksam. Aha. Okay, nur für Lagust. Das heißt, brauchen wir auch nicht verteilen. Schön, dann gib mal dein Heilmittel ab. Ups. Das war einmal zu viel B gedrückt. So, Stella kommt ja immer noch mit. Hier sind wir fertig. Rolf. Meisterbogen. Oh, Rolfsbogen ist bald kaputt. Hat aber noch den Stahlbogen und den Langbogen. Für einen Kampf sollte das alles noch reichen. Ich glaube, die Engelsrube muss man ausrüsten. Ausrüsten? Ach ne, geht nicht. Okay. So, Sophe, gib mir deinen ganzen Kram ab, den du gekauft hast, sozusagen. Den du geklaut hast und nicht gekauft. Erholung. Vollständig, okay. Und Schweigen. Oh, Schweigen möchte ich gerne mitnehmen. Und innen gibst du bitte auch mal ab. Wer hat denn noch Platz? Alja ist voll, ne? Alja ist voll. Wobei ihr Magie-Schild braucht man, glaube ich, nicht unbedingt. Dann kriegt sie lieber... Schweigen mit. Wenn Schweigen... Genau das ist, was ich denke, was es ist. Stab der gegnerischen Magie-Einsatz verhindert. Genau. Will ich unbedingt... haben. Mitnehmen. Nutzen. Wenn ich dran denke. Ne, den will ich schon gerne nutzen. So, hier ist fertig. Panzersperr. Gib den bitte mal ab. Zeit, wenn ich den jetzt alles abnehme und wir mal Verstärkung haben. Ah, dann können wir immer noch ausrüsten, ne? Meistens. Äh, Vorrat abgeben. Also, alles... Alles abgeben, Titania. So, Moavin. Was ist die Heilbinde? Erlaubt dem Träger Beibehaltung seine... Ah, okay. So, Rolf. Habe ich gesagt. Reicht noch für einen Kampf. Reicht noch. Reicht noch. Es sieht auch alles gut aus. Was es für ein Waffenlevel hat, auch B. Okay. Neffi, ne. Stahllanze. Die Leichtlanze wird bei Zerbrechen. Aber ich glaube, sie ist mittlerweile auch... äh, recht... flott mit ihrer, äh, Stahllanze. Vielleicht doppelt sie nicht jeden. Aber das ist ja auch manchmal gar nicht so schlecht, weil wir ja auch mal ein paar Leute leveln wollen. Okay, damit bin ich zufrieden mit der Ausrüstung. Drill. Fähigkeiten. Klarheit. Erkanung. Wer hat denn Prophet? Was ist Prophet? Erhöht die Trefferquote. Aha. Hier ist es ja leider so, dass man den, die nur abnehmen kann, aber nicht wieder verteilen kann. Ähm. Das finde ich ein bisschen schade. Stella haben wir ihre abgenommen, weil das sonst einfach zu... Ich kriege zu viel Erfahrung. Die gute. Miad. Vorteil Brom. Haben wir was für Brom? Ingrim. Erhöht Wahrscheinlichkeit kritischen Treffer, soweit KP auf die Hälfte... Das wird bei ihm niemals passieren. Hi, B.L.T. trefft... Nein, er hat schon so eine schlechte Trefferquote. Beut hat nur Energie. Verdoppelt den Effekt des Biorhythmus. Vielleicht macht bei ihm... Ingrim Sinn, weil er ja relativ oft häufig vorne steht und viel abbekommt. Also, auf Beut könnte ich Ingrim überlegen. Nefini hat es schon. Rolf braucht keinen Ingrim. Der... Ich versuche ja, dass er relativ wenig abbekommt. Was ist denn Arcanum? Produziert die Wirkung tödlicher... Ah, okay. Hm. Und du hast Fortuna. Ach, Fortuna finde ich auch nicht gut. Lass ich aber erst mal drauf. Das ist Blüte. Gibt weniger Erfahrungspunkte, macht Einheiten... Erfahrene Einheiten aber stärker. Deswegen kriegt er halt so wenig, ne? Geheimnis gelöst. Oh, die Folge wird sehr lang. Aber wir nehmen uns einfach mal die Zeit dafür. Ähm, unter bestimmten Bedingungen... Wir könnten Sorin auch mal ein Messer geben, ne? Ich glaube, Beut kriegt tatsächlich noch Ingrim. Das ist für mich das, was am meisten Sinn macht. Das ist Talion. Fügt dem Gegner gelegentlich... Achso, okay. Ja, Beut kriegt jetzt Ingrim. Mir fällt sonst keine Einheit ein, wo das Sinn macht. Äh, Brom wird halt niemals so viel Schaden bekommen. Mir hat Vorteil. Könnte natürlich auch noch Mia Ingrim geben. Dann wird sie aber ein richtiges Biest. Komm, Beut kriegt das mal. So, können wir irgendwem nochmal auf die Sprünge helfen? So ein bisschen. Ach, er ist schon Level 20, der gute Rolf. Ja, dann nicht. Wir könnten Sothel nochmal nachhelfen. Komm, Beut kriegt nochmal die vier Erfahrungspunkte. Stärke. Sehr schön. Und Geschwindigkeit nochmal. Also Beut ist bei mir echt stark geworden. Ähm... Nefinie ist schon. Stella ist schon. Kevin ist schon 20. Mia ist schon 20. Brom? Ich muss kurz noch gucken. Ähm... Die sind alle... Also bis auf Brom? Beut ist jetzt gerade 20 geworden. Ja, dann kriegt auf jeden Fall... Ja, nochmal. Rückpunkte. Stärke. Sorry. Ich bin... Bin beeindruckt. Ja, Geschwindigkeit und Fähigkeiten sind ja schon ausgemaxt. Da finde ich das ganz gut, dass auf Stärke ein bisschen jetzt was verteilt wird. Und Brom sollte nochmal bekommen. Ein sehr schöner Level-Up. Gefällt mir so. Das heißt, ich bin so eigentlich ganz zufrieden. Die meisten sind 20. Das heißt, die sollten in der nächsten Mission sollten wir noch ein paar Entwicklungen haben. Und wenn dann der Großteil entwickelt ist, werde ich dadurch noch die restliche Erfahrung auf Brom und Sotho verteilen, damit die auch noch 20 werden. Und das würde ich gerne nach der nächsten Mission mal schauen, wenn ich weiß, wie das da ausgeht. Jetzt werde ich aber erstmal diese sehr lange Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gibt es wieder ein bisschen mehr Action. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.